wow jagt mir doch nicht so ein schreck ein mann da kommt schon zum bottle man schafft es doch eine rolle los tv fahr für uns weiter heute spielen wir ein paar wochenendlevel weil ich dachte mir es ist mittwoch die hälfte woche ist rum wochenende ich brauche ein wochenende und ich weiß nicht ich weiß wie soll ich mich als wochenende im bewissten beschreiben wochenende ist so ist wochenende jedenfalls so sollte wochenende sein so ich verzeihle gleich mal los so dann wollen wir gleich mal loslegen so wicked with my oh oh ja 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 nice nice war das ist so scheiße laut ich mach's mir kurz leise das ist echt krass das ist echt krass das ist echt krass okay Nein! Falsche Richtung! Salto! Okay. Ja, nice. Was hat dieses... Nein, ich hab dir Weihnachtsmann gedürtet! Weihnachtsmann! Ah! Weihnachtsmann, ich hasse dich! Na, sorry. Moment. Ich stehe die Mufa geil. Mit seiner Freundin. Griselda. Die Griselda. Die Griselda. Die Griselda. Die fährt mit ihrem Mann Hugo gerne mal zum Essen aus. Uah! Ist ja gut. Mann, was ein wildes Gefährt! Hahaha! Ja, Mann, ich feier das. Was? Vielleicht mit dem Opa. Ich war es doch damals. 1982. Da haben wir das Telefon erfunden. Unfassbar! Geht mich! Flieg einfach weg! Boah! Mann! Leckt mich! Leckt mich einfach! Und das hat nichts mit Wochenende zu tun! Wicked and Venture fix! Wenn sie kein Problem hat, wurde sehr gut! Hallo everyone! Who plays this level? This is a thanks to all those who voted and played my level! Name's level! Please remember to rate five! Five and save your awesome plays! Oh! Mann! Ich bin so dumm! Was steht denn? Don't kill me! Wollen wir diesen Wunsch erfüllen? Stop! Always I will kill you! Bust the hood! Yo! Ups! Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euer Wochenende auch immer so aussieht! Jupp! Geil! Was haben diese ganzen Level hier mit Wochenende zu tun? Wicked Glass! Hä? Warum hat das ein Fahrradzahn eigentlich? Woho! Hence! Wohohohoho! Nice! 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 Ich bin über eine unsichtbare Wand fest! What the Xi understands! Was expressing frickin- Das ist ein schlimmer Halbtraum, slogloges Beim father fantastic! Mった! Ist schon stark justify! Wieso ist das eigentlich alles in Zeitlupe hier? Was ist das? Faszinierende Sexstellung Ah, da hängen wir gerade fest Nein Nein So Nein Uns hält nix auf Keine Flasche der Welt Ja, ja, ja Oh Wie romantisch Sie sind zusammengestorben Sie sollen in der Hölle schworen Nein Das ist ziemlich kontraproduktiv Wie er immer rumholt Sie sind voll krass Ey, klappt das? Klappt das? Äh Komm, letzter Versuch Letzte Chance für dieses Dreckslevel We get away Von Nsatrak 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 Stage 1 Warum ist das Danger? Faszinierend Ja, ja Wow Jaggt mir noch nicht so einen Schreck Geil, Mann Ah, komm Schau mal zum Bottle, Mann Schaff es doch ne Rolle Los Timi, fahr für uns weiter Schade Nein Ah, vielleicht will ich vorsichtig drüber fahren Geht nichts kaputt Nice Epic Jump Ja, oh Nein Kein Bottle, Mann Oh Stage 1 Nein 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 Ja, Mann Ja, so ist das geil Ja Ja Ah 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 Mann Wie dumm Wir sind ganz einfühlsam Da geht doch nichts kaputt Ah Epic Jump Ich mach uns also Wo geht's da runter? Ah Ja Sehr schön Nein Ich schreie einfach zu viel rum Ich bin voll hysterisch bei diesem Spiel Jato Epic Jump Bottle Run Und, 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 und Ja, ja Ja Puh Oh, jetzt hab ich volles Mikrofoil gepustet Tut mir leid Epic Sprung Nein Ja Oh Wie komm Ha So Jetzt kommt der letzte Teil Jetzt einmal episch Musik anspielen Danke Nein, 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 nein Ja So muss am Wochenende laufen Haha Ja, man So feier ich das Weekend von Kiar Creator Kiar Voll gentile Muss man am besten ohne TV spielen Dope Wow Ich mach's nochmal, damit's episch wirkt. Okay, das war's. Ups. Was ist das denn? Geil, loszübbarer Boden. Der hat aber auch überall im Haus verlegt. Ah, 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 ja, nice. So. Was wollen wir uns dieses Level hier zeigen? Oder beziehungsweise sagen. Oh, ich hab's hier getötet. Papa, du hast hier getötetet. Du hast hier getötetet, du Schwein. Dafür wirst du büßen. Ich hab's doch gesagt, du wirst büßen. Oh. Verdammt. Äh, ja. Profiradfahrer des Todes. So. Äh. Timmy, musst du alles mitnehmen? Ich will das behalten. Nein. Das war's. Well played, Treppen. Ah, 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 ah. Warte kurz, ich stößte darunter. Stört Timmy. Ah, ah. Salto. Ah, ah. Oh. Ja. No. Ich lebe noch. Das ist voll normal. Das ist voll dumm. Ich hab was überlebt. Ich glaub, man sollte das gar nicht übernehmen, oder? Haha. Ja. Ich bin einfach weg. Das hat doch irgendwie nur einmal funktioniert. Ich zerquetsch dich. Nein. Nein. Ich kann auch weiterfahren. Ja, ja. Wie geht das? Wie fahre ich ohne Beine? Please. Ich glaub, man soll hier unten irgendwie tot sein. La 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 la. Salto. Wie funktioniert das, Alter? Du. Du Gen-Mutation auf Rädern. Mann, Salto. Aua. Nein. Nice. Ja. Ja. Nice. Wie so ein Sack da drauf. So nach vorne und nach hinten. Voll wie nett. Nein, Timi, ich behalte dich. Du bist kein Wunsch. Du bist ein Wunschkind. Ich wollte dich eigentlich abtreiben aber lassen. Aber... Deine Mutter hat gesagt, sie kann das nicht. Und ich hab gesagt, doch, du kannst. Guck mal hier. Wenn jemand ein Dick macht, Frau, machen wir das auch. Nein. Oh, Gott. Warme Sau. Salto. Ja, Mann. Ja, die haben eiskaltes Teamgeweck gesnipert. Nein. Ah. Das war's. Ich fall mir im Kopf voraus. Nein. Unmöglich. Unmöglich. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Was ist das für unlogische Scheiße hier, Mann. Ja, 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 huu, Salto. Ach, f***t euch. So. Hm. Mal sehen. Gott, let's level. Let's the chance für ein nice win. Weekend. Oh, it's some weekend. Toll. Shit. No. Weißt du was? Ich fall's mir vollgaser durch. Puh. Was ist das für ein scheiß Level? Ja, nice. Nein. Nein. Ah, fahr doch nicht rückwärts. Ah. Mensch. Es geht doch endlich da. Ah, du. Als Maul. Du bist hier. Nicht die. Hauptrolle. Es geht hier um mich. Und das ist meine Zwillen. Du machst, was ich sage. Auch wenn du hier hochrollen musst. Es ist mir scheißegal. Los. Der fährt sich eiskalt hier, ne? So. Äh. Nein, endlich. What the f***? Oh, no. So. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach hoch. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann könnt ihr mich abonnieren. Wenn ihr auf Spielen klickt, kommt ihr gleich zu meinem Kanal. Na komm, drückt drauf, dann habt ihr es leicht. Na komm, drückt drauf, drückt drauf, drückt drauf, drückt drauf, drückt drauf, drückt drauf. Ah komm, ich mach's vor.